Powerbier! Oh Gott! So, wenn nicht, ich habe jetzt wieder eine andere Lackierung. Ich habe hundertpro eine andere Lackierung drinne. Ja! Okay, gleich geht's los. Also, wie beim letzten Mal, komm als erster ins Ziel oder vor fünf Sekunden Vorsprung raus, alles klar? Grün, los, los, los! Juhu! Oh fuck! Schiete Kaka! Der war nicht geplant! Lol, der bremst! Ja sicher, Strecke abgekürzt! Boah, ist die Strecke bitte schön abgekürzt! Lalalalalala! Okay, da starten wir nochmal neu. Was? Hey! So wollte ich das haben. Lalalala! Okay, gleich geht's los. Also, wie beim letzten Mal, komm als erster ins Ziel oder vor fünf Sekunden Vorsprung raus, alles klar? Ja, ja. Grün, los, los, los! Wow! Das war jetzt mega Lack am Start. Das war wirklich mega, äh, Lack. Lack. Ich sage immer Lack, aber die anderen sagen immer Lacks oder was weiß ich. Wuhuuu! Ach, ja komm schon, Alter! Komm schon, hoffentlich krieg ich den noch. Oh, da hat sie fast rausgehauen. Okay, nee, das war totaler Buckmist, was ich hier veranstalte hier gerade nur Buckmist. Okay, gleich geht's los. Also, wie beim letzten Mal, komm als erster ins Ziel oder vor fünf Sekunden Vorsprung raus, alles klar? Grün, los, los, los! Nein! Na, komm schon. Ja, genau, bau, zieh! Zieh! Zieh doch mal, du Schala-bra- Bugatti! Und mich mit dir! Und mich mit dir! Warum auch immer der so gut nachzieht, ey! Warum auch immer der so gut nachzieht, ey! Aua! Hör mal, warum? Mann, diese Kurbel ist doch echt zum Kotzen hier, ey! Ich glaub's ja nicht! Huuu! Das war mein Fehler! Das war definitiv mein Fehler! Das war mein Fehler! Ja! 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 Wuhu! Wuhu! Dankeschön für deine freundliche Begrüßung, aber die brauch ich grad mal nicht! Ja! Alter Vater! Und kuscheln wollte ich mit dir auch nicht! Kuscheln kannst du mit deinem Bugatti-Kollegen! Ja! Ja! Komm schon! Diesmal schaff ich das aber! Ja! 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 Komm, komm, komm! Ja! Wir haben's geschafft! Ich glaub's ja nicht! Boah! Mama Mia war das hart! Oh God! Oh Gott! Endlich den Sieg! Oh, wir haben die Hälfte. Wir haben fast Level 30 erreicht. Ja, zwei Niederlagen, ich weiß. Oh Gott. Aber das ist noch wenig im Gegensatz zu den Siegen, die wir eingefahren haben. So, und das letzte Battle. Der Bugatti Veyron soll beim heutigen Rennen gegen den Königseck CCX antreten. Ja, sehr witzig. Welche Stricke denn? Ja, Sieg die doch. Der Bugatti Veyron soll beim heutigen Rennen gegen den Königseck CCX antreten. Oh Gott. Jetzt wird's hart. Okay. Jetzt weiß ich gar nicht. Hab ich den CCX genommen? Ja, ich glaube. Hoffentlich. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Das kann so lustig werden. Das könnte mir glauben. Oh Gott. Ein paar Sekunden noch bis zum grünen Licht. Denkt dran, hol fünf Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder fahr als erster über die Linie. Okay? Mach ich. Grün, los, los, los. Ja, beide die gleiche Lackierung oder was? Naja, passt. Oh Gott. Ich weiß jetzt schon, dass ich fählen werde. Auah. Ach, nur komm schon. Naja, ich weiß nicht. Ich zerleg den gerade und den jetzt CCX. Aber ist mir gerade mal egal. Hallihallo, Alter. Kannst du mal wieder runterkommen? Danke. Ist nicht dein Ernst. Oh, oh, kurz Lack gehabt. Okay, das wird nichts. Da kann ich komplett knicken. Das. Ein paar Sekunden noch bis zum grünen Licht. Denkt dran, hol fünf Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder fahr als erster über die Linie. Okay? Ach, come on. Grün, los, los, los. Ja, was denn, du? Kannst mich jetzt schon nicht mehr mehr überholen, oder was? Ja, hallihallo, Alter. Wie das Ding mal komplett ausgehebelt wird. Ja, la, la, la. Oh, Gott, Alter. Ja, klar, 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 klar. Ach, come on. Really? Okay, nee, das kannst du knicken. Das mach ich anders. Ich probiere es noch mal. Einmal probiere ich es noch, wenn nicht, dann bin ich es noch. Ein paar Sekunden noch bis zum grünen Licht. Denkt dran, hol fünf Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder fahr als erster über die Linie, okay? Grün, los, los, los. Ja, komm. Ich weiß, der mag etwas unprofessionell, aber egal. Alter. Ey, iss dich dein Ernst jetzt. Ey, nee, kannst du mal sowas von knicken? Ne, sorry, aber das ist... Ey... Das rächt mich jetzt wieder auf, weißt du? Ja, ja, ist klar. Der Bugatti Veyron soll... Ist mir egal, ich werde jetzt den Bugatti nehmen. Mal gucken, ob ich mit dem zurechtkomme. Königseck ist zwar schnell, aber trotzdem kannst du dem Königseck in eine tolle klauen. Ganz ehrlich. Den mag ich auch nicht. Ein paar Sekunden noch bis zum grünen Licht. Denkt dran, hol fünf Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder fahr als erster über die Linie, okay? Grün, los, los, los. Wohahaha! Ist klar! Ja, halli, halli. Wuh! Wuh! Ah, mamma mia, alter. ALTER! ALTER! Ich glaube, es hackt aber langsam. Ich glaube, es hackt, ey! Äh! Ein paar Sekunden noch bis zum grünen Licht. Denkt dran, hol fünf Sekunden Vorsprung auf ihn raus oder fahr als erster über die Linie, okay? Grün, los, los, los! Ich glaub's ja nicht. Hat er mich einfach gedreht? Ja, komm, versuch's doch noch mal! Kappen-Nasen-Gesicht, ey! Ich glaub's einfach nicht! Wäsch mit dir, alter! So, sorry, Digga, aber das geht mir einfach eindeutig zu weit. Gib doch, ey! Leck mich doch fett an den Füße, ey! Wenn du mich so versuchst, zu überholen wie im Leben, dann kannst du mal Knick kennen. So, der Sieg geht an mich. Ich will mich jetzt nicht allzu lange mit dem eilen Scheiß Bugatti und äh, sonstigen aufhalten. Okay, gleich geht's los. Also, wie beim letzten Mal, komm als erster ins Ziel oder fahr fünf Sekunden Vorsprung raus. Alles klar? Ja, ja, mach ich. Keine Sorgen. Grün, los, los, los! Grün, los, los, los! Los, 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 los! Ah ja, komm mal! Ah, Hauptsache, ich bin jetzt mal vorne. Das reicht mir erst mal. Komm schon, ich will vorne bleiben. Oh, kurz den Lack gehabt. Na, hi, Kollege Spürschuh. Oh Gott, 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 oh Nicht mal einen Platz überlassen. Schön knicken, Junge. Nee! Ah, ah, Kollege. Ja, Mann! Komm schon! Jetzt zieh durch! Zieh, zieh, zieh! Jawoll! Oh ja, endlich, ey! Vor mir, ey! Ich hätte nämlich keinen Bock gehabt, das Ganze nochmal neu zu starten. So, endlich gewonnen! Ich hab alles gewonnen. Boah, Alter! Kurz vor dem Level ab. So, endlich! So! Oh, wie ja, ey! Das ist so unglaublich! So, World Restricted Competition. Das heißt, um bei diesem Wettkampf anzutreten, brauchst du einen Werkswagen. Nur die schnellsten Wagen können hier teilnehmen, weshalb die Bedingungen so streng sind. Du musst perfekt fahren, um diesen Wettkampf für dich zu erscheinen. Joseph Taylor, ein ausgezeichneter Allround-Fahrer, Joseph. Er erinnert gerne daran, dass er aus der Streetszene kommt, weil er auf die Regeln bricht. Er touchiert seine Gegner und dreht sich um, anstatt sich auch mal zu überholen. Wenn es geht, solltest du schnellstmöglich an ihm vorbeikommen. War ich doch glatt. Oh Gott. So, dafür brauchen wir einen Wagen mit Werksumbau erforderlich. Ich glaub, davon haben wir genügend, oder? So, Wagen. Ähm. Werksumbau. Was, hab ich an dem eigentlich einen Werksumbau durchgeführt? Das weiß ich gar nicht. Muss ich mal gerade gucken. Können. Okay. Scheinbar hab ich für den schon einen Werksumbau durchgeführt. Für den hab ich, glaub ich, schon einen Werksumbau durchgeführt gehabt, ne? Für den, glaub ich, auch, ne? Ja. Ja, ich denke, da werd ich auch den Ivo nehmen. Weil, äh, der Ivo ist eigentlich richtig geil für den Werksumbau. Naja. Wir werden auf jeden Fall den Ivo nehmen. Der ist schon den Werksumbau und, äh, wir sehen uns. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal, Leute.